so und damit willkommen zurück hier zu einer weiteren folge ich hab's verstanden wir sollen also zwei wir brauchen insgesamt vier erdgasbusse wir brauchen vier assfahrer das ist ganz schön das ist ganz schön viel das bedeutet wir müssen erst mal wieder shoppen ja bus depot das bedeutet wir müssen weitere obinus obinus sagen ich schon die wäckers kaufen kriegen wir noch einen hin immer schon gar nicht mehr hin das bedeutet wir werden verkaufen verkaufen sonst können wir uns noch einen weiteren kaufen wir sind auch gleich mal gucken dass wir mal wieder ein bisschen ordnung hier rein bekommen so wir müssen mal gucken streckenplaner 100 prozent wie sieht es jetzt hier aus also wir brauchen hier haben wir noch ein assfahrer wir haben hier noch erdgas bus und wir brauchen jetzt hier noch der strecke 17 und hier den erdgas bus jetzt sollte das hin passen so waren wir jetzt gibt es jetzt hier hier haben wir keinen bus wenn wir mal gucken haben wir noch ein bus naja dann zieht der korokar aber mit dem fall hier selber gut alles klar dann können wir jetzt erstmal nichts mehr machen müssen wir jetzt mal kurz warten und schalten wir jetzt hier die mission ziele ich hoffe das bezieht sich jetzt echt die stadt erlaubt nur erdgas busse auf diesen strecken für gewissere dass deine bessere fahrer die dichter in der besten fahrer der strecke pro strecke mit zu den erdgas bussen auf diesen strecken okay müssen wir mal gleich mal gucken erst mal hier noch mal kurz gucken ich würde sagen wir fahren alle alle tour noch einmal dann sollte das eigentlich schon passen haben wir die hier noch mal doch schnell stand an jetzt haben wir den loop zwar an aber schade ist jetzt ja auch nicht so eine fahrkarte bitte tag standard drucken das wird sich jetzt hier steht riesen gasse und sie sagt aber guli hat gasse mr rius ich brauche ein Eine Fahrkarte. Tag, Senior. Danke. Da brummst du ein bisschen scharf ab hier. Korkenzieherhof. Auch interessant. Was ist denn das für ein Bus? War doch kein Erdgasbus, oder? Ich brauche mehrere Fahrtaten. Danke. Das war doch... Also da ist gerade Bus gefahren hier auf der Linie. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt von einer anderen Tour kommt. Allerdings, wie gesagt, war das ein MAN meiner Meinung nach. Und kein Iveco Erdgasbus. Genau pünktlich. Genau pünktlich. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzelne Standardbrücken. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Einzelne Standard... ... 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 Hier ist es ein größerer Bänder. Sie wird sich die Rampen runterlassen. Ich würde gerne aussteigen. Das ist gestern das Konzert. Ich bin hier für Sie. Ich bin hier für Sie. So ein schöner Bänder. Seiler Straße, Endstation. Bitte alle aussteigen. Da, guck mal. Oh. Habe ich doch gar nicht drauf gesetzt, oder? Habe ich hier zum Bus vertauscht? Das könnte einiges erklären, warum er den Auftrag zum Beispiel nicht abgeschlossen hatte. Verarschen? Ach ja. Ja, müssen wir nochmal fahren. Leider hat nichts gebracht. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier gucken. Ah, okay, doch. Das ist abgeschlossen. Jetzt müssen wir echt besser die Haltestände auf Level 5 bekommen. Von daher würde ich sagen, Auf ein neues. Allerdings machen wir mal ein Loop jetzt hier aus. Den geht es ein bisschen schneller. Und wenn man denn... Oh nein. Ich habe aber auch ein Pech manchmal. Wir wollen alle wieder Tickets kaufen und kaufen und kaufen und kaufen. Es geht schon wieder los. Hast du die letzte Fahrt... Nein, nicht spoilern. Nächster Halt, Goliath Gasse. So, dann fahren wir im nächsten Part in den Außenring. Dann sollten wir dann die Aufgaben zum Beispiel auch abgeschlossen haben. So, äh, einzeln. Standard. Standard. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Schlag' ich mir den Bauch mit Keksen frei. So. Machen wir noch ein Bild hier für YouTube. Deswegen machen wir das mal noch schnell hier mit. Ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge davon ein Bild gemacht hatte. So. Ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge von der aktuellen Angelegenheit bin. Das ist mal eigentlich eine schöne Tue hier, so schön im Kreis fahren immer. Ich weiß gar nicht, ob der andere Auto ist. Ich weiß gar nicht, ob ich in der nächsten Folge bin. Wie heißt die Fokus auf Roger? So. so eine fahrkarte 1 in genau ja ja diese fahrkarten ist schon was feines kann ich bitte eine fahrkarte ja So, Pferdemühlengasse. Tja, was ist heute für ein Feiertag? So, Endstation. Hoffen wir mal, dass wir jetzt hier zumindest die Ragen 5 erreicht haben. Wollen wir nächstes Mal jetzt wirklich nur die äußeren Linien fahren. Nächster Halle, Wilkens Theater. Endstation, bitte alle aussteigen. Tschüss. War full der Bus, war full. Oh nein, das gibt es doch jetzt nicht. Echt, nochmal fahren? Eieieiei. Guck gerade, der äußere Ring. Ja, was soll ich machen? Dann sehen wir uns zur nächsten Party wieder. Morgen geht es weiter. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt vom Bus um den Lauter. Und wie wir jetzt hier die letzten Ziele hoffentlich jetzt in dem nächsten lösen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.